Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute einmal mit dem Osmo Pocket. Ich bin heute am Stammtisch in Regensburg. Supercharger, man sieht schon. Allerdings bin ich heute mit dem Schweröldiesel unterwegs, weil ich mein Auto verliehen habe. Was ist heute? Heute ist kein Tesla-Stammtisch, sondern heute ist YouTuber Bavaria-Treffen. Also hier kommen einige YouTuber aus Bayern. Es sind ja nicht viele, aber wir schauen vielleicht während der Zeit noch mehr. Ich weiß nicht, wer alles da ist heute und ich weiß nicht, wer noch alles kommt. Lassen wir uns überraschen. Wir werden sehen. Nehmt ihr überhaupt auf? Ich hoffe. Wenn nicht, dann ist das für die Tonne. Trop-Prop-Mocka Trop-Prop-Mocka Hey! Ho! Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, das war's schon. Wir haben für euch sehr viel Spaß gehabt. Ich finde, es ist ganz gut geworden, wobei die Themen ein bisschen sich überschmitten haben und durcheinander waren. Das war eigentlich ganz anders geplant, aber es ist schwerer, so etwas durchzuziehen in so einer Gruppe und strukturiert zu machen. Für das erste Video bestimmt nicht schlecht. Ich mache oben einen Link hinten, dann könnt ihr euch mal das Video anschauen oder diese Videos anschauen. Es sind ja mehrere Teile. Ich glaube, drei werden es oder vielleicht sogar vier mal schauen. Und das ist das erste Treffen gewesen von uns. Leider hat der André gefehlt. Der ist heute erst aus Atlanta zurückgekommen und der hat halt keine Zeit gehabt, leider. Beim nächsten Mal ist er bestimmt dabei. Das heißt, wir werden immer mehr. Wir wollen es eventuell jetzt einmal im Quartal machen und uns hier treffen. Die Location ist ganz schön. Und dann schauen wir uns einmal an, was sich daraus entwickelt. Und wenn einer YouTube macht, sich über die E-Mobilität informieren will oder auch über die E-Mobilität berichtet, vielleicht bist du das nächste Mal auch dabei. Schauen wir mal. Servus nach Glocka. Euer Fokka.